Wenn ich an das Heim dachte, wurde mir schlecht. Ich bin einfach umgefallen. Die Verschickung geschieht im Allgemeinen in Sammeltransporten. Dem Kind muss suggeriert werden, dass es die schönste Reise seines Lebens macht. Den Angehörigen ist das Betreten des Zuges zu untersagen. Die Kinder sollen sich vorher verabschieden und als Gruppe auf den Bahnsteig geführt werden. Das Heimweh ist eine menschliche Instinktreaktion. Die Heimwehkrankheit, eine durch seelischen Schmerz hervorgerufene Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens. Kinder mit starkem Heimweh erkennt man daran, dass sie in der ersten Nacht mit offenen Augen daliegen. Es hat sich als gut bewährt, den Kindern zu sagen, sie möchten den Eltern durch einen traurigen oder ablehnenden Brief nicht allzu große Sorgen. Man kann es mit Medikation versuchen. Die einzige Tablette, die aber tatsächlich wirkt, ist verständnisvoller Kontakt.